Ey, yo Leute, was geht, was geht, was geht? Ähm, ich habe gerade Bootcamp. Und ich mach gerade meine Videos. Und Dennis ist gerade im Haus. Und Dennis ist mein ADC. Und ich habe ein Full-AD-Team. Du hast keinen Mic, Bruder. What the fuck? Äh, f- Moment. Wenn du mich hören kannst, sag nichts. Ey, wenn ich der krasseste Ficker bin, sag nichts. Digga, Dennis, wenn du fett und hässlich bist, sag auch nichts. Leute, ich wusste es doch. Ähm. Ja, wir sind ein Full-AD-Team, ne? Äh, äh. Unlucky. I gots. Fuck, ich hätte warden sollen. Oh, scheiße, ich bin behindert. Heartfilled. So you pick Wukong. Bist du mental? Bist du fucking mental? Er ist heartfilled und er pickt Wukong. What? Ey, yo, lass mich denken, Bruder. Okay, Leute. Mir gefällt der Start nicht. Genau, also auf jeden Fall. Diejenigen von euch, die die 24-Stunden-Stream mitbekommen haben, ähm, wissen, dass sie sehr viel Rek'Sai gespielt haben. Ich glaube, ich habe einen Dennis von irgendwie, äh, sechs Games oder so. Haben wir fünf gewonnen. Natürlich schon dank meiner Sarning-Performance. Nein, also ich habe Rek'Sai halt ein bisschen geübt. Ähm, ich würde mich noch nicht als sehr gut bezeichnen. Aber ich würde mich als diesen bezeichnen. Das ist so, glaube ich, sehr nice ausgedrückt. Und ja, Leute, ich spiele Rek'Sai mittlerweile ohne Thiamma. Da bin ich, äh, ganz stolz drauf. Sonst rasten die Kommentare wieder aus. Können wir uns auch nochmal immer... Ich gehe immer wieder kurz in den Brunnen rein, um mich hochzuhälen. Mit meiner Wut da. Weiß gar nicht, wie heißt das überhaupt bei Rek'Sai? Okay, das war komisch. Aber hey, I take it, Leute. I take it. Du musst ihm aufpassen, nicht, dass Schakko hier ist. Mein Sensor hat mir nichts gezeigt. Na, komm mir hier hin. Aber das ist fein. So, ich denke mal, wir können basen. Mein Ding ist, kommt mich auch gleich wieder. Ähm, ich kann gleich basen und Wolf Gromp machen. Kriege ich meinen Lampart, dann kann ich auch wieder runterkommen. Also ich spiele meistens eh Bots halt herum. Ist halt so ein kleiner Vorteil, wenn man halt auch mit dem Pre-Match spielt, ne? Sollte man auch in der Regel versuchen, viel rauszuholen. Ach, das stimmt, Dennis. Ich kann ja mit dir reden, ich vollidiot. Schakko-Move-Bot-Zeit. Muss ich straight runterkommen? Oder könnt ihr das noch selber reinpushen? Okay, ist drinne. Okay, da ändern wir unseren Clear eben einmal. Okay, die sind auch da. Cool. Nee, die sind nicht da. Nee, ich geh jetzt gar nicht hoch. So, er kann eh, äh, der Atos und oben eh sein Tipi nutzen. Okay, wo kommt das Fein in der Mitte? Hey, are you sure? Warte, du willst sie machen? Yo, bro. Yo, bro. Yo, bro. Yo, bro. Okay. Oh, doll. Ist das gankable? Ey, ich kann von hinten kommen mit dem Tunnel. Ja. Ja. Sie ist tot, sie ist tot, sie ist tot. Sie kommt noch nicht raus. Karsich kann Flash, Karsich kann Flash. Lulu kann nicht mehr. Ey, scheiße, dass die auch unten sind. Ist er tot? Puh. Karsich kann Ulti, ne? Ah, nice. Sehr schön. Das ist mein Junge. Ja, okay, Leute. Wir müssen erst mal ein bisschen Power farm. Okay. Okay, ein Bock. Okay, ein Bock. Ey, yo, mein Bro. Ich muss farmen. Sagen wir das ihm auch nochmal. Das ist ganz wichtig. Wir haben halt anfangs sehr viel gegankt. Ah, sie weiß das. Ich nehme den mit und dann move ich hoch. Hä? Egal, Leute. Schauen wir lieber nichts rein. Hm. Ey, Dennis. Oh. Sag mal, Karsich hat unten geflasht, oder? Ja. 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 Ist Elisa sechs? Boah, ich will erst lifen. Ich will erst lifen. Die sind nur nicht sechs. Okay, nice. Ich glaube, die Ulti hätte ich mir sparen können. Schakos Mitte. Lass nach der Platte resetten für Drache. Pass halt auf nicht, dass die Overstate wegen Schako. Okay, Leute. Wenn die resetten, muss ich rechtzeitig wieder mit unten sein. Das heißt, wir skippen die Raptors, machen unsere drei Camps hier. Digga, ich gönne dir das so sehr, ne? Ey, 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 ey. Oh, oh. Digga, Bruder. Ich gönne dir das so sehr. Da weg, ja. Da weg? Ja. hallo ja cool hier ist noch irgendjemand Dennis kannst du herkommen sag mal haben die unten noch Flashes beide Kassel, komm, Kassel, komm, Kassel, komm oh du kannst du nie kommen, ich bleib immer vor dir ey, oder ey, fuck, da will man red machen scheiße, scheiße, sag nicht, dass er weg ist Digga, Dennis, ich werd nicht so flamen, wenn er weg ist Digga, Dennis, oh na, der ist hier weg danke, Dennis ey, ich hab vergesse meinen Trinket ausgetauscht scheiße, ja komm, das bot dann ich hab mich nicht so flogen Dennis? Ah, okay. Ich komm raus, ich komm raus, ich komm raus. Hallo, Wukong ist hier. Huh. Ich bleib mal in den Eingraben, falls Chaco kommt. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Lass mal weggehen. Drache kommt auch hinten. Nein, 20. Ach, auf einmal willst du weggehen. Ha, ist ja kein Farmer da, ne? Guck mal, Leute. Ich habe eine Ward aus Zombie Ward ausbekommen. Nur eine einzige. Das war wegen der Pink. Ich habe bei Kack Tricky nicht ausgetauscht. Ich finde es aber tatsächlich sehr schön, dass Arthrox die Fresse gehalten hat. Ich glaube, das ist nur, weil er sieht, dass ich etwas mache. Leute, Chaco ist oben. So, Kenas, Level 11. Sehr schön. Ich bin mal hier und cover die Seite. Die wissen, dass ich hier bin. Lass mal direkt Harald gehen. Chaco, 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 Chaco. Warte mal, ich tunnel mich einmal rüber. Hab mal ein Auge auf mich, bitte. Stimmt, das wäre unser Vierter Drache. Warte mal, wollen wir nicht Mitte pushen und... Ey, yo, move die vorbei. Lass das Bord rotieren, lass das Bord rotieren. Geh doch nicht weg, du Affe. Ah, jetzt zu spät. Ja, den Tauk kriegen wir aber noch, denke ich. Lass mal lieber Arthrox Mitte schicken. Oder? Nee, kannst du doch gegen Chocat was machen? Stark genug, nee, oder? Okay. Ey, oh, geh jetzt gar nicht hoch. Fang jetzt gar nicht damit an. Mitte sieht gut aus. Ey, die sind rausgesonnen, die sind rausgesonnen. Was ist die, Harrod? Ja, go top, go top, go top. Guter Ping. Ey, hier ist jemand. Okay, nicht mehr. Chaco Spotzeit. Oh, die ist alleine. Es ist Chocat, oder? Ey, oh, raus, raus. Ja, äh, geht... Können wir Tau nochmal? Okay, I guess not. Chaco ist hier, Chaco ist gesprungen. Nein, das war echt nicht ganz so knusprig. Okay, Leute, da habe ich vielleicht von der Kombo her ein bisschen leichtgehend. Na, komm, das Drache vorbereiten. Wollen wir mal Giresi? Ja, doch. Cool, Leute, ich bin derjenige, der sagt, get pinks, aber ich bin der Einzige, der keine kauft. Oh, geil, wir kriegen den. Äh, jo, okay. Oh, ist hier? Digga, Bruder. Oh, das war so giga... Ey, yo, wir kriegen den Drachen jetzt nicht. Ich bin tot. Oh, oh. Aber wir müssen Chocat loswerden. Ey, 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 nicht so frech. Ey, 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 ey ey, ey 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 Ich kann nicht ulten. Ich bin in der Pfütze. Ist da kein Ulti? Ist da kein Ulti? Die kriegst du nicht tot, oder? Ey, der Engage von Alistar war so random. Er ist tot. Wir müssen halt den Chuggard auf der Side halten. Oder wir warten, bis Dennis vielleicht 5 Items hat. Oder holst du nicht jetzt sogar Les Whisper? Leute, ich schwöre es euch, dass sie diesen Drachen nicht bekommen haben. Ist so kacke. Digga, der Chaco ist hier in der Nähe. Die sind zwei. Schuss, ja? Ey, wir haben Zeit im Prio. Schuss, ja? Das ist der falsche, das ist der falsche. Toll. Fuck, warum gehe ich mit dem Arthrox rein? Ey, Leute, das war eigentlich so free, ne? Wir hatten Cassio unten, ich habe Shaco gecatcht. Ey, die machen den jetzt. Lol. Leute, ich schwöre euch, das ist seit den letzten paar Tagen eins meiner größten Probleme. Ich helfe jeder Fiedersau. Ah, Dennis, du bist tot. Was macht der? Der ist Level 13. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Ich komm nicht raus Aber egal Wenn sie stirbt ist es fein Und sie stirbt nicht Ey das können wir nicht gewinnen Scheiße Die haben halt den fucking Tank Auch noch im Team Wo kommen wo die Sanguin Obwohl wir nur gegroupt sind Ich weiß nicht ob wir so scalen Sind am Nash Ey Leute was Was macht ihr Geh raus Nein Ich kann davon als Tanking Das auch irgendwann gar nicht mehr mithalten Also AIN haben Okay Leute Meine letzte Hoffnung Ist Dennis mit noch einem weiteren Item Ich bin Ah, man! Hey boys! Schakos ist irgendwo hinter uns. Digga, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nie. Das ist nicht der echte. Ist das vor? Oh, 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 oh. Scheiße, ist mir der silence. Oh, I don't know, man. Okay, aber dieser Drache wird erst entscheiden, wer gewinnt. Lass uns mal einen Porsche mitnehmen. Leute, unser Aatrox war last pick, by the way. Also, da muss ich auch recht sagen. Hätte man vielleicht nochmal nachgucken können, ob man nicht einen AP Champion picken kann. Aber wir hätten das besser spielen können. Also wir hätten das als Team hier besser spielen können. So ein Game ist ja machbar, aber man muss halt echt schnell beenden. Hu, Alter, sie hat PD und GA. Oh, nice, Ulti. Ey, warte mal, es fehlen zwei von uns. Hört mir gerade auf. Ey, die wird in den Chogard rein. Okay, das war echt blöd. Nee, da kann ich nicht mehr genug Zeit rausholen. Das müsst ihr nicht machen. Ach, schade, Leute. Das ist wirklich ultra schade. But we tried. Okay, Leute, man kann nicht immer gewinnen. Ja, Drafal, kacke. Das ist eine Sache. Dann haben wir beim letzten Infernal, haben wir noch ge-greedet. Das hätten wir einfach, weiß ich nicht. Was ist da nochmal passiert? Ich glaube... Digga, Dennis ist, glaube ich, gestorben. Wenn ich mir ne irre, oder? Doch, doch. Er hat sich von der Kasse snacken lassen. So, dann gab es da noch diesen einen Moment, wo Wukong die Cassio und umgebracht hat. Wir waren beim Nash. Ich habe Shako gekillt. Und Arthrox ist warum auch immer reingegangen. Das hätten wir halt da... Wir hätten doch eigentlich nashen können. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin aber auch oft genug mit reingegangen. Also so in diesen Fällen, wo ich eigentlich wusste, dass wir das nicht gewinnen können. Weiß ich nicht. Hälfer sind rum, Leute. Aber yo, ich bin da noch erst mal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, tschö.